hallo meine zuschauer und willkommen zurück zu einem neuen video mit dabei sind so wie immer ziemlich nur zwei ich bin ich und kali obwohl ich nicht gerade weg ist ja wir machen jetzt hat keine vision wir haben sie leider abgebrochen wir sind jetzt dabei weil ich bin dabei ins casino zu fahren wo ist der parkdienst da muss einfach vor dem parkdienst packen und dann sagt er schon 50 dollar einmal ein können 50 dollar ja klar jetzt meine schlüssel dann drehen wir heute mal sehr schön sehr spät aber naja ladevorgang ist egal oja das auto zu haben wäre schon geil oja am stärksten wir haben es gut ich kann jetzt in den Aufzug zu tun 8 auto auto wo läuft er hin nein warum ist es schnell auto 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 nein ihn aber das dadurch armiert er vor die 15.000 der p ich gehe jetzt raus das ist ein feld davor das ist mir doch schon so oft passiert halt mal muss ich doch auch mal gewinnen auto 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 nehmt kein auto kein klauseln kein klauseln 15.000 für uns ich hätte schon ausgetauscht hast du uns 26.000 bei der Ecke dafür schon die Maske oder kostet die 40.000 ich glaube die kostet 40 was ich wusste an der Bahn getränkungen ist eine Aufgabe ich besorfen sich erstmal weil ich das auch nicht mann habe hier aber ich habe ein Casino geöffnet gar nicht an zu viele Spieler bei der Aktivität cool ist nur einer ich gehe in zwei Barmen ich wache ich gehe einfach auf die andere Seite sie alle ist perfekt so Stil Matbeck Whisky Casino ich schaue mal kurz wie viel eine Maske kostet so viel wenn ich es ist was 34.000 ich kann dieser Wodka kostet 350 Euro ohne ein Schott alter ziemlich komplett übern Tisch aber auch nicht was ich tausend mit die Traubenmaske 36 35.000 das heißt ich müsste mir ich müsste es ist das ich jetzt jedes Mal eine Miene leg wenn ich die Hand aufzuziehe äh ich bin kollabiert ja du bist besoffen wachst jetzt irgendwo anders auf ich bin gerade in der Ecke kollabiert ich bin genau hier kollabiert hä wie kann man denn kollabieren in dem du einfach besoffen bist du musst nur einen Shot trinken äh Shot trinken ja kommt auf an was Shot 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 wie viel kostet der? 1,50 Champagner geht auch ich kaufe mir jetzt gleich für äh 9.000 noch die letzten Jetons mit schöner Jots na komm gib ihn mir gib ihn mir ich will ihn trinken oh Pisswasser ist auch lecker und runter damit und es passiert ist gar nichts passiert wow ah doch jetzt oh ich bin ganz betrunken ja ich komm zu dir wow ich bin einfach nur betrunken oh jetzt bin ich hin geflogen oh nein ich bin auf der Toilette oh nein ich komm zu dir wie bin ich auf Toilette gekommen? ja indem du umgekippt bist dann besoffen irgendwo hingerannt bist geil äh ja der Parkdienst ist für dieses Fahrzeug nicht verfügbar verstehe ich nicht hm äh ja ich bin jetzt hier ich bin oben auf dem Dach alles klar hier kann man Leute ver- äh ich meine Leute an äh ich meine ich will nicht exit das ist das Resort von Diamond Casino & Resort ich brauch nochmal 9000 Jethauts bitte da bin ich Leute alles ist okay hier oben 9000 Jethauts abkostet mich jetzt 9000 aber weißt du schon da kann ich mir eine richtig lustige Maske holen wo seid denn hier? Casino ah Red Gamer da bist du ja ich hol mir jetzt was hol ich mir äh komm bitte nicht aufm Dach hol ich jetzt 150.000 hier aufm Dach ist alles okay okay 150.000 für was zu trinken ja ne ich hab doch echt zu viel davon getrunken was 9000? nein 150.000 bitte gerne throw all Diamant Diamant oder so ah ich kann mir nen Besucherbonus ja noch holen ne ja die oben sind alle Leute ganz friedlich wir leben miteinander so jetzt habe ich 37000 Jethauts oh Gott scheiße eh oh scheiße moin ja ja du bist okay oh ich hocke auf der Toilette nicht schon wieder das ist mir schon in meinem Nachtclub passiert hm Nur, dass da der Whisky kostenlos war. Sieht so dumm aus. Boah, warum läuft hier Fahrstuhlmusik? Oh Gott, hallo. Ah, hier ist wieder 3-Card-Poker. Warum habt ihr hier eigentlich kein gescheites Poker? Simi, wo bist du? Ich bin auf dem Dach. Ja, komm sie mal runter, ich will gefahren werden. Ich komme auch aufs Dach. Hier ist alles okay, komm bitte nicht aufs Dach. Wo komme ich aufs Dach? What the? Äh, komm mal raus. Also Krieger kann jetzt nicht mehr aufs Dach. Hier ist alles okay, ich bin auch nicht raus, okay? Gefällt er dir? Alter, what the? Das ist ne tolle Hupe. Achja, renn mal gegen die Stachel. Oh nein, sonst stirbst du. Nein. Wir sind ganz freundlich. Die wollen nicht streicheln? Die beißen nicht. Flammbärfeiler. Geil. Fährt er gerade mit meinem Cerber aus weg? Nee, ich fahr hier rum und töte die Polizisten, die dich verfolgen wollten. Oh. Alter, wo hat der Ding hingefahren? Wieso kannst du da so ne Zitrone? Tötet mich! Ah! Zum Glück hab ich keine Sterne bekommen. Ja, könntet ihr hier bitte mal mich töten? Ja, gerne. Ich verprügel dich. Yo! Alter, wie hast du denn grünes Feuer hinbekommen? Äh, das geht auch in echt. Okay, so. Okay. Äh, ich rufe jetzt mal eine Librosie, ne? Zimo, du fährst mich natürlich, ne? So. Äh! So! Oh Gott, Alter, du hast gerade Tintenmien gelegt oder sowas. Das ist keine Tinte, das ist TR. Ja. Hä? Zurücksetzen. Alter, wenn ich drüber laufe, bin ich voll verspackt, alter. Hast quasi. Moin, Leute! Alter, ich tu rett! Äh, die haben einfach unsere Limousine angefahren. Willst du hier, wir nehmen sie mich mit? Äh, Leute, ich werd die Sterne los und komm mit rein, okay? Ja, wenn sie mit mich fährt. Ja, warum muss jetzt die Front-Hinterscheibe kaputt auch kommen? Ja. Ja, mach noch mehr kaputt, Alter. Jetzt, jetzt, jetzt steck vorne ein. Du bist Fahrer. Du bist der Fahrer, ne? Äh, bin ich in eurem CEO? Nö. Ne. Dann musst du mich erstmal einladen, wenn ich rein kann. Die Züren sind halb offen. Wieso hab ich denn jetzt... Okay, jetzt kann man kurz jemand letzter anrufen. Stoppen unser Auto, okay? Ruf Lester an, ruf Lester an, ruf Lester an. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Komm rein. Ruf doch Lester an. Komm jetzt rein. Hä? Ja, moin. Mein Gott, ich ruf jetzt Lester an, mein Gott. Ja, warte, 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 warte. Der schöne Wagen. Ja, Junge, weil du nicht eingestiegen bist. Hä, ich war doch drinnen. Äh, dann bist du rausgegangen. Ich bin reingegangen, wollte mit euch wegfahren. Okay, okay. Nicht umfahren, nicht! Jetzt haben wir einen Stern, dankeschön, der war doch grad weg. Ich bin doch gar nicht gefahren. Simi. Hä, warum? Wir hätten schon so oder so Sterne gehabt. Nee, ich hab die doch grad entfernen lassen von Lester. Wir haben grad drei Sterne, wenn man die anfährt, hat man nur zwei. Ja, Junge, wir hatten grad einen Stern. So, und dann war der weg. Und dann, als er weg war, bist du rückwärts gefahren. Ich hab's auf Video. Kannst du dann angucken? Ja. Ja. Dann wirst du das sehen. Ja, werd ich dann noch. Äh, das ist eine Sackgasse. Ich ruf Lester nicht nochmal an. Kali ruft du Lester an. Er strottet einfach. Ich bin eingepennt. Hm? Ich bin eingepennt. Stopp! Wo ist er? Wo bist du? Morgen, Leute! Wie kannst du denn jetzt eingepennt sein, hä? Äh, ich hab wohl zu viel getrunken. Er ist gestorben. Neeee. Willst du ruf Lester an, bitte? Ich hab er erst angerufen. Simi muss angerufen. Boah, guck mal, da sind... Die kenn ich. Simi, ruf mal Lester an. Das sind die Warner Brothers. Hoi, Leute! Ja, nee, das sind die Warner Brothers. Und mit denen hab ich Golf gespielt. Können wir hier rein? Ja, wir können hier rein. Oh, ich hab Sterne los. Nee, doch nicht. Wir können da rein? Nein, wir können da nicht rein. Jetzt ruf Lester an. Simi. Hey, warum ich hab keine Sterne mehr? Ah, da hab ich auch nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Ju, ich nicht. Ey, ey. Hey, ey. Was ist das? 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 Du hast die Tür zugemachtes. Oh, tschüss. Oh, fuck. Ciao. Alter. Ja, verfügbar in zwei Minuten, ja gut, ne? War eh nicht meiner. Gut, dass ich einen Beschluss ausgemacht hab. Oh. Ey, bei mir ist grad... äh... Bei mir ist grad ein Freund geflogen. Was ist denn das? Das sieht lustig aus. Oh, guck mal. Warte, wow! Ja, das... das ist super. Oh, oh Gott. Hä, warum bist du auch weggeflogen? Nein, das... Ich glaub, er hat keine Feierhandel gemacht. Nein, jetzt stelle ich fast von deinem... Das Bild! Guck mal, warum ist das 0, wie das Bild aussah. Oh, mein Gott. Nein. 2 zu 0, hä? Hä? Ja, warte. Kalli, erledige mich mal. Schau dir mal das Bild an von meinem Profil. Au. Oder so. Wie sieht denn das Bild aus? Weiß ne. Schau dir das Bild an bei 2 bis das 0. Oh Gott. Moinsen. Wollte mal Hallo sagen. Und die Fresse schlagen. So grad... Stehen sie auf. Das ist... Das ist... Die Zitronenkopf... Die Zitrone hat dich angegriffen. Die Zitrone hat dich angegriffen. Ah ah. Yo, Alter. Was war das? Hä? Ich hab dir voll in den Knie geschossen. Ich weiß, hab ich gemerkt. Hast du das gemerkt? Ich bin zur Seite gerollt. Wie? Nein, nein, nein. Schieß euch. Komm, komm, komm. Ja. Ja, 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 ja. Komm, komm. Aua. Pfff. Aua. Halli ist nicht mehr da. Guck mal, meine Schüsse sind weiß. Hm. Pfff. Voll aus der Deckung. Was ist das? Oh Gott. Du meinst nur, dass du immer wieder Geld kriegst... Immer weniger Geld kriegst. Ist mir egal. Äh, w... Aufwie... Wie... Wie viel... Wie viel Geld, kann ich jetzt runterspielen? Pff! Oh, watch. Ich hab nicht geflügt. Ja, nur am abknall... Warte, soll ich Kalima abbauen? Na, ein bisschen. Hust du das Gesicht? Eh? Okay. Nein, warte mal, warte mal. Ich hab ne bessere Idee. diese folge es besteht einfach nur darauf dass wir uns gegenseitig abknallen warte 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 nicht die scheiße drunter dieses bild das äh dieses bild sieht einfach nur so dumm aus Kali ist grad weg Hände hoch hab ich gesagt ich hab gesagt du sollst Hände hoch machen er hat nicht kooperiert kann man auch leider nix tun nein alter Junge wo bin ich denn jetzt Hi Kali, ich hab gesehen dass du dich bewegt hast ich hab gesehen dass du dich bewegt hast irgendwie ein bisschen schon ne Aua ich hab den Rasen geküsst ja hab ich gesehen alter wo bist du der Rasen war sehr lecker user joined your channel pfff das ist out bist du komm her komm her hä du bist bei mir doch vorher weggeflogen bei mir nicht bei mir bist du vorher durch die luft gewirbelt warte 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 willst du dich traste? in your fail 5 zu 7 alter ich muss doch eigentlich die aufholen alter ich könnte da nicht mehr ne waffel zücken ahaha ahaha Junge Alter Ist doch unnormal Ok du machst diesen Weg Wo bist du? Danke Hä? Hä? Loll Oh Gott I will leave, I can fly Alter Episch ist well hier Was? Ich hab mich voll getroffen Ui Hallo Hilfe Hoppa 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 Was ist das denn Aufstehen Sofort Ne Beine alter Du hast so geflogen Lass mich einsteigen bitte 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 Lass mich einsteigen Na ganz kurz Kann ich denn? Krieger bitte ich hab Kinder Ich schwöre Alter Brutale Guck mal Ich bin Zitronenkopfkrieger Ich hab dir das getan, Alter Ah der ist gar nicht drinnen Wie viel Geld kriegst du? Ab ihn Jo hä? Wie hatte ich das denn? Bin ich getroffen Geflogen Voll auf die Mauer Die meisten Schüsse hab ich drei überlebt Jo ey Komm jetzt drüber mal Alter Boah Krieg hat mir einen Headshot gegeben Geflogen Jo auch Ey Der mir doch gar nicht angegriffen oder hast du ihn angegriffen Na Oh nein Ich hab Krieger da nicht mehr gesehen Jo ich Weil das hier weggeblasen Jo Kräger soll ich meine Ruhe lassen, Alter Ich darf nur dich abschießen Alter, er hört auf mich mal abschießen Was willst du denn eigentlich, hm? Ein Junge, der hat mir voll in den Kopf geschossen Alter, das ist doch voll unfair Du nimmst Kriegers Hilfe, weißt du? Jetzt geh ich richtig auf dich, ich kann doch mal Bist du, ne? Oh Gott Oh Gott Alter, ich dachte wir machen nur mit der Waffe Nur, komm, nur mit der hier Also, wenn's so ist Hallo, ich bin auch voll reingelaufen Ja, ich so, ich hab voll neben mich gespielt Warte, okay Ey Nur, nur, nur ab zu Meiser Jesus Christus, Alter, du bist so nervig Krieger Der nervigste Mensch, den jemals gesehen haben Stopp Krieger Jetzt Kali, warum ist Kali tot? Hä? Ich hab mich abgerollt Junge Mein Auto Hä? Hä? Gut O Bardis G онлент Und ein Kopf jetzt in der Gesicht zip wack yes áh schießen verstehe ich nicht kurz auf und schnell schießen schieß doch was ist es zu sehen was ist das steigst und das sind dass sie dann entgegen Hauptnachricht Hallo, nur die Kanone hier Ach mein Gott, ich hab die andere auch mal vorhin benutzt Ja ist klar Komm, 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 komm Wo bist du? Hä? Hä? Wegesprengt Ich versteh noch nicht mehr, ich hab gar keine Granate geworfen Warte mal Chase Nein Willste Mitmachen Oh Gott Oh, Kali, Alter I'm sorry, Kali, aber Nicht weiter verstecken Oh, Alter Aufstehen Äh, wir machen 21 Minuten nur voller Liga, warum? Boah, Alter Ich hab die gebeten mit, äh, also die gebeten, aber ich hab die gefragt, ob er mitmachen will Äh, dann geht er nur auf mich, ja, danke Naja, äh, ich bin, ich bin das Video hier mal, wir spielen auch ein bisschen weiter rum Macht's gut und ciao 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 Das war's.